Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mit Cindy mein allererstes Turnier, nämlich eine E-Dressur. Und ja, wir sind ja auch schon am Turnier angekommen und genau, mit Toffi habe ich später auch noch ein Turnier, eine A-Dressur. Ja, das YouTube-Video zu Toffi kommt dann aber erst morgen online und ja, Toffi steht gerade noch im Anhänger. Genau, ich würde mal sagen, wir machen Cindy jetzt erstmal fertig und wir freuen uns richtig. Und an alle Hater, nimmt das Video nicht zu ernst, es ist nur ein Unterhaltungsvideo und genau. Und sorry, dass meine Stimme sich so komisch anhört, ich bin ein bisschen erkältet. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, ich fange jetzt erstmal an, Cindy mit der Magic Brush zu putzen. Sie ist zum Glück nicht so dreckig. So, jetzt nehme ich die Kadetsche. Jetzt kommt der Kopf. Und die Mühle. Auch mal ich hätte ein bisschen wie auch so süße Turnierzöpfchen machen können. Egal, ich war zu faul. Und jetzt kommen noch die Beine. Und schon ist Cindy sauber. So, ich habe bei Cindy jetzt schon die Schabracke drauf gemacht. Und jetzt werde ich sie noch bandagieren. Ja, das ist das Mitbein. Kurz überlegen, welche Bandage ich habe, welches Bein ich habe. Mal, ich kriege es nie hin, so zu bandagieren. Wenn das Zeichen hier vorne ist. Ich kriege es nie hin. Ja, ich bandagiere jetzt noch das andere Bein. So, ich habe Cindy jetzt fertig bandagiert und auch schon gesattelt. Und genau, jetzt muss ich sie nur noch trenzen. Und dann kann es auch schon losgehen. So, ich habe jetzt die Trense geholt und jetzt werde ich Cindy trenzen. So, ich habe jetzt die Trense geholt. Und schon kann es auch schon losgehen. Ich kann kein Deutsch mehr. So, Leute, Cindy und ich sind jetzt auf dem Abreiteplatz und werden uns jetzt ein bisschen warm reiten. Und genau, ich muss mich gerade in meine Chaps reinquetschen, die sind dezent kleinen Katze. Hör auf! Und ja, ich werde jetzt aufsteigen und dann reiten wir uns erstmal ein bisschen warm. Und wundert euch nicht, wie ich aufsteige. Ich komme so nicht hoch, also kletter ich von der Couch aus hoch. So schreibt man auf. So, schreibt man auf. Cindy ist nämlich dezent groß. Perfekt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen warm. Wow, nichts besonderes. Und ja. Und wundert euch bitte nicht Sinn. Quietscht sehr arg. Das ist etwas nervig, aber beim Leichtrahmen quietscht sie wie noch was. Also sorry dafür. Okay. Okay. So, wir treiben jetzt mal an. Ja, das meine ich so gut. Einmal wechseln durch die Bahnen. Dabei sind einfach ein paar Bahnenfiguren und so. Oh, da ist meine Katze. Hör auf. Ich werde hier. Ich habe hier. Okay. 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 So, wir haben uns jetzt fertig aufgewärmt und werden jetzt auch gleich auf den Trinierplatz gehen und dann unsere E-Tressur starten. Ja, wir sind übrigens zu fünft in einer Gruppe. Keine Ahnung, wie man dazu sagt. Und Cindy und ich reiten an zweiter Stelle. Genau, hier sind wir dann auch schon auf dem Turnier losgeritten. Wie gesagt, waren wir an zweiter Stelle. Und bis jetzt hat sich Cindy ganz gut verhalten. Jetzt sind wir angetraut. Und im Zirkel geritten. Und dann ein Wechsel durch die Bahn. Dann mussten wir aussitzen. Dann mussten wir alle durchkarrieren. Dann sind wir nacheinander galoppiert. Dann waren wir dann dran. Dann mussten wir Zirkel galoppieren. Und dann auch wieder durchkarrieren. Genau, dann ging es im Schritt weiter. Und dann mussten wir alle nochmal antraben. Und dann sind wir auch schon fertig. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Turnier. Es hat super geklappt mit ihr. Und ja, es war unser erstes Turnier. Und trotzdem war Cindy super drauf. Und genau. So, ich muss jetzt gerade noch auf die Siegerehrung mit Cindy warten. Und genau, ich warte hier gerade bei Toffi. Die arme Maus muss die ganze Zeit im Anhänger stehen. Egal. Und ja, wir warten jetzt auf die Siegerehrung. Und genau. So Leute, wir haben jetzt gerade schon unsere Schleifen bekommen. Und müssen jetzt nochmal auf den Platz für die Siegerehrung. die Siegerehrung. Und genau. Ich schreibe hier wieder richtig schön auf. So, jetzt halten wir noch zu Siegerehrung. Hier sehen wir und ich wohnen übrigens vierter Platz. Und ich bin das richtig gut dafür, dass es unser erstes Turnier war. Ja, hier sehen wir dann auch schon einmal vier für die Siegerehrung. Ja, hier sehen wir dann auch schon einmal vier für die Siegerehrung. Super! So, wir sind jetzt auf und fertig. Und ja. Machen wir gerade mal die Schleife ab, damit ihr die sehen könnt. So, oh Gott, das Licht ist ja richtig kacke. Man erkennt nichts. Ja, ich zeig die Schleife euch später. Also so sieht die Schleife aus. Wir wurden vierter. Richtig cool. So, Cindy steht jetzt hier wieder am Anhänger. Und jetzt werde ich sie erstmal abtrennen. Sie hat es richtig gut gemacht dafür, dass es unser erstes Turnier war. Und ich bin richtig stolz auf sie. So, ich habe Cindy jetzt abgesattelt und die Bandagen runter gemacht. Und genau, sie ist jetzt fertig und kommt dann in den Anhänger rein. Und dann hole ich mir Toffi. So, Cindy steht jetzt wieder im Anhänger. Beachtet meine Haare nicht. Ich sehe gerade aus wie so ein Hund. Und ja, das war es jetzt mit Cindy's Turnier Video. Ich habe jetzt gleich noch ein Turnier mit Toffi. Da ist Toffi. Und ja, das YouTube Video zu Toffi's Turnier kommt dann morgen online. Und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Und schaut auch gerne bei mir auf TikTok und auf Instagram vorbei. Auf TikTok heiße ich Maike Solzferde und auf Instagram Maike und Toffifee. Ciao.